Hallo und herzlich willkommen meine lieben Point-in-Cyber-Clicker da draußen hier zurück. Ja, zu Tina und Sam in Encodia. Beim letzten Mal haben wir erfahren, dass Tina kein Kind ist, das mehr oder weniger durch künstliche Befruchtung einfach nur, also ohne Vater, erschaffen worden ist. Und, dass sogar noch mehr dahinter steckt. Denn ihr Vater scheint irgendwie einen geheimen Code zur Rettung der Welt oder sowas in der Art und Weise gehabt zu haben. Und er steckt irgendwie in Sam. Wir müssen jetzt bloß herausfinden, wie wir ihn da rausbekommen. Dafür müssen wir zum Einwohnerverzeichnis von Neo Berlin gehen. Ich kann mal gerade eben mal gucken. Da gibt es ja schon das Stadtzentrum. Aber ich will trotzdem, bevor wir das hier machen, erstmal nochmal mich umschauen. Nicht, dass ich irgendetwas hier noch vergesse. Gehen wir mal auf die andere Seite des Dachs. Teil 2. Cyberslum untersuchen. Okay, Gott, jetzt ist auch Nacht geworden, jetzt regnet es. Er hatte recht, er hatte am Anfang gesagt, Regenwahrscheinlichkeit von 73%. Leider sind die restlichen 27% nicht trocken. Es sei denn, er meint die Zwischenräume zwischen den Tropfen. Ja. Also hier können wir gerade eben gar nichts mehr machen. Der Stromast, der wird sicherlich nochmal für irgendwas wichtig sein. Wir sehen es auch. Ich habe anscheinend nicht alles gemacht. Guckt euch das mal an. Irgendetwas muss ich verpasst haben. Denn mir wurde tatsächlich die kaputte Floppy-Disc weggenommen. Mit der hatten wir nichts gemacht. Und mit dem Rohr auch nicht. Also habe ich offensichtlich nicht alles gefunden, Freunde. Irgendwelche Secrets sind mir wohl verborgen geblieben. Okay, muss ich damit leben. Gehen wir mal da runter. Und er ist auch weg, der Dealer. Ja gut, das macht Sinn. Er müsste jetzt gerade eben nach eigenen Angaben dozieren an der Neo-Berlin-Universität. Ja, aber das haben wir uns immerhin mal angeschaut. Also, dann gehen wir mal zum Stadtzentrum. Und da sind wir dann. Da sind hier die Rotschopf-Zwillinge. Get it free. Have a baby, get a free robot. Die Klamotte von der Dame, also sie hat was an, ne. Ist aber so nah an der Hautfarbe, dass man für den ersten Moment denkt, weiß ich was, hat die was an? Das ist ein Terminal. Was terminiert denn das? Gehen wir mal da hin. Ja, was für Infos haben wir denn da? Ja, okay. Also so ein klassisches Propagandateil. Da geht's noch zur Beamtenstraße, zur Unternehmerstraße. Da ist ein geparktes Auto. Naja, oder Flugauto wahrscheinlich tendenziell. Ja, komm, lauf mal ein bisschen schneller hin, Mädel. Klick, 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 klick. So. Ja, kann ich das nicht knacken? Okay, und er wird wahrscheinlich sagen, dass es verboten ist, ne. Weil es Eigentum von jemandem ist. Ein ID, kein Audi, sondern ein ID. Okay, also wir können hier nichts damit tun. Da ist nochmal so eine Werbe... Wie nennt sich das hier nochmal? So eine Litfaßsäule, ne. So eine drehende Litfaßsäule. So eine neue digitale Version. Rumpf-Werbetafel. Vote for Jonas Rumpf. Das ist schon krass, sie hasst ihn. Na gut, er wird sich wahrscheinlich den Scheiß um Straßenkinder kümmern, ne. Das wird so das Problem sein. Kein Wunder, dass sie ihn da nicht mag. Schelmische Zwillinge. Hi there. Hey, Big Head. What's up? Big Head, ey. Das ist immer voll gemein. Die meisten Kinder, die unter 10 sind, haben für ihren Körper im Vergleich zu Erwachsenen überdimensional große Köpfe. Das liegt am Gehirn. Das ist bei uns hochentwickelten Primaten halt so. Also in dem Fall Homo Sapiens. So, wer bist du? Also in dem Fall, wer seid ihr? Wer bist du? Ich bin Aga. Und ich bin Isa. Und wir sprechen nicht mit jemandem, der nicht unser Freund ist. Or doesn't have something for us. Or doesn't know someone that we know. So, which are you? Äh, 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 ich bin sicherlich ne Freundin. I'm your friend. No, you're not. Leave us alone. Mist. Okay, und was macht die hier in der Nacht so allein da draußen? Oh Gott, ey, die beenden sogar gegenseitig ihre Sätze. Also die wollen anscheinend irgendetwas haben, damit man mit, damit wir mit ihnen stecken können. Okay, es ist nicht. Ja, ist okay. Ich hab verstanden. Sie wollen einfach nicht mit uns reden. Das habe ich jetzt begriffen. Danke. Äh, hier ist ansonsten nichts. Ich guck grad eben. Warte mal. Da geht's noch in die helle Gasse. Na, gehen wir erstmal in die helle Gasse. Irgendwie irgendwo, wo Licht ist. Ist mir grad eben sympathisch. Da ist eine ältere Dame. Da kommen wir jetzt grad eben. Ach, das ist ja diese. Okay. Die kennen wir doch. Da kommen wir nochmal zur Kreuzung. Reden wir mal mit der alten Dame. Oder gucken wir uns das erstmal an. Die hat aber mal einen interessanten G-Stock. Der läuft ja im wahrsten Sinne des Wortes mit. Hallo da. Hello, cute little girl. How can I help you? Hmm. Hast du Essen oder Credits für mich? Do you have any food or Credits that you can spare? Oh, I don't. Business is going terribly after the mayor raised the taxes. That chubby bastard. I hope he's not reelected. Seems like it's not my lucky night. I feel your fortune will change soon. Just keep trying. Anything else? Okay, also wir bekommen von ihr nichts. Sie hätte was gegeben, aber die Steuern sind zu hoch. Ja, was macht denn die Dame hier allein so draußen? Ich meine, es regnet, ne? Und sie hat nicht mal einen Regenschirm. What are you doing out here? I'm the Fate-mancer. I can tell the future by scanning someone's brain. But business lately is very bad. Nobody cares about the future anymore. They just spend hours connected to cyberspace and forget life. That sucks. And you? Would you like to know your future? Of course. But I don't have any credits. Don't worry, I like you. I can tell your future for free. What would you like to know? Werde ich was zum Essen finden? Okay, äh, ich habe eine Mission. Kann ich es schaffen? Das klingt gut. Oder finde ich die Wahl über meinen Vater heraus? Äh, was wird der ACF Fierontina jemals gewinnen? Was ich finde, ist nicht das, was ich suche. Okay, ja, ich suche den Code. Heißt das, ich finde ihn nicht, aber ich wende was anderes. Äh, ich habe eine Mission. Kann ich es schaffen? Ich habe eine Mission. Will ich es complete? Lass mich sehen. Wow, fantastisch. Unglaublich. Hey, geh auf. Ich habe nicht eine ganze Nacht. Okay, impotente Frau. Ich sehe. Ich sehe, ich sehe eine unglaubliche Aventure. Einfach etwas außerhalb der Welt der Menschheit. Eine Aufgabe, die kann immer wieder ändern, die Welt wir leben. Eine Reise durch die Pläne, die niemand mehr leben hat vor. Und du, meine Frau, könnte sein die Schlage für eine Menschheit gewinnen. zu einem ganz neuen Welt. Wahnsinn. Hier, take this flyer. There's also my number. Call me if you need anything. Okay. The Fade, Mensa. Warte mal, das muss ich mir gleich nochmal angucken. Das sah ja geil aus. Kann ich das hier öffnen? Da habe ich nicht im Gespräch. Warum sind eigentlich genau in Neo-Berlin überall asiatische Zeichen? Ich frage nur so, weil ich dachte, wir sind in Neo-Berlin. Okay, also das wollten die mich schon die ganze Zeit wissen. Wir sprechen also anscheinend kein Deutsch, sondern nur noch Englisch mehr. Oh, das gab einen Krieg und wir haben offensichtlich verloren. Ach du Scheiße. Na gut, dann gehen wir mal besser. Man könnte jetzt ganz zynisch sagen, wir sind es ja gewöhnt, Weltkriege zu verlieren. Darin haben wir Übung. So, gehen wir mal zur Kreuzung. Vielleicht findet sich hier noch was. Da ist jetzt auch nochmal ein Cyberjunkie. Aber warte mal, den kann man ansprechen. Der ist anders als die anderen. Das ist immer interessant. Tja, der ist frei. Lauf, Junge. Solange du noch kannst. Ja, was ist denn mit deinem Headset? Ist wahrscheinlich nicht wasserfest oder so. Oh, nee. Okay, also er will ganz schnell wieder rein, weil er da anscheinend all seine Bedürfnisse hier irgendwie befriedigt bekommt. Da ist ein Verkehrsspot. Ich weiß gar nicht, was für ein Verkehr der hier gerade eben regelt. Ich sehe keinen. Und da geht es in eine dunkle Gasse. Komm, gucken wir uns erstmal diesen Verkehrsspot hier an. Ich gucke gerade eben bloß, ob da nochmal irgendwas liegt, aber ich glaube nicht. Ja, das wundert mich in dieser Stadt ehrlich gesagt relativ wenig. Was machst du denn hier? Ja, aber es gibt doch gar keinen Verkehr. Ja, aber es gibt doch gar keinen Verkehr. Ich verstehe. Er kann nicht gegen seine Programmierung ankämpfen. Er ist ein sehr veralteter und nicht besonders schlauer Roboter. Der nearest Auto ist 100 Meter vor uns. Ich bin programmiert, um Trafisch zu verhindern, und evtlose Fahrzeuge. Oh, Endlosschleife. Bist du kaputt? Bist du kaputt? Nein, ich arbeite gut. Alle Systeme auf. Keine Bugs. Ein großartiger Verkehrsspot. Ein Programm, um Trafisch zu verhindern und zu verhindern, Fahrzeuge. Okay, egal. Sei gut und folgst der Weg. Alles klar. Sehr, sehr hilfreich. Gehen wir nochmal ganz, ganz kurz in den Elektronikladen. Vielleicht. Der ist ja immer noch offen. Okay, das finde ich jetzt krass. Der ist immer noch offen. Hat sich hier irgendwas getan? Bin gespannt, ob irgendwelche Sachen hier noch wichtig werden oder ob da irgendwas dazugekommen ist. Bei solchen Spielen kommen ja manchmal plötzlich Optionen dazu und du raffst das erstmal nicht. Excuse me. What can I do for you, Model Sam? Release year 2053, Cat-C-Patent 18? I'm getting a headache. Better if I go. All right. See you around. Okay, mit dem können wir also gerade eben noch nichts machen. Und wie sieht's äh, bei unserem Deutsch-Japaner hier aus? Bei der Bratwurst-Sushi? Oh, da ist ja jemand. Ja, guten Tag. Ein fertiger Typ. Er hat mehr Haare im Gesicht als auf dem Kopf. Ja, cringy könnte man das glaube ich nennen, ne? Hi there. What's up, kid? I hope you have a good reason to interrupt my delicious meal. Äh, ja, Neugier ist hoffentlich ein guter Grund. Wie ist denn das Essen hier? Ich weiß nicht, wie Essen schmeckt, denn ich hab seitdem das Spiel begonnen und hab nichts gegessen. How's the food here? Oh, I love it. Much better than the Chow at the factory canteen. I have to talk with the union. We should strike again. This time for two weeks. Those damn corporations. They don't care about the working conditions for humans. Yeah, I hate those big corpses. Go ahead. You have all my support. Thank you, kid. We need it. Anything else? Okay, also Streiks. Klassisch gegen die Großen da oben, aber sie können wahrscheinlich kaum was bewirken, weil, ja, die Unterstützung so schwach ist. Wer bist du? Du wirkst wie ein Verbrecher, meint sie, okay? Wer bist du? Du siehst wie ein Krimineller. Shush. Be quiet. Neo-Berlin-Police hat Ere in jedem Körner. Aber ja, ich bin Roscoe Spencer, der schlimmste Auslager in Neo-Berlin. Du siehst mehr lustig als schrecklich. Since that swine of a mayor has raised the standard for public decency, I've removed all 42 of my tattoos and my seven piercings. I hate Mr. Rumpf. His chubby, nasty face is all around the city. Yes. Hoping to get reelected. That pig will never get my vote. Neither mine. I guess you are too young to vote. But I like your attitude. Anything else? Okay, also bis jetzt haben wir niemanden getroffen, der... Also wir haben noch nicht so viele Leute getroffen, aber wir haben niemanden getroffen, der diesen Rumpf wirklich mag. Ähm, zumindest der, der nicht irgendwie im Cyberspace drin steckt. Was hat er eigentlich mit seinem Schnurrbart auf sich? Nice mustache. Is it difficult to grow them like that? It's not, but it takes a lot of care. Are you planning to grow a pear, little boy? Was, little boy? Äh, das, ähm, kann man tatsächlich als schwere Verfehlung deinerseits betrachten. I'm not a boy. I'm a girl. What? Really? I... Sorry, I thought you were a boy. Anything else? Äh, nee. Nothing. I'll leave you alone. Do svidanya. Das svidanya, okay. Äh, ja, der Typ heißt also Roscoe Spencer. Und ich nehme mal an, dass wir mit ihm jetzt hier auch nicht unbedingt mehr reden können. Excuse me. What do you want, little guard? Don't you see I'm busy? I think I should go. Good luck, little guard. Okay, also wir bekommen hier gerade eben auch keine weiteren Informationen. Wir können auch gerade eben ehrlich gesagt nichts finden, stelle ich gerade eben überraschend fest. Hm. Na gut, dann gehen wir doch mal die dunkle Gasse, ne? Die ist auch neu. Möglicherweise voller Geheimnisse. Dunkle Geheimnisse unter Umständen. Rocket Soda. Da liegt schon mal eine Konserve. Die können wir direkt schon mal nehmen. Da liegt auch noch eine Tasse links. Eine alte Tasse. Okay, das schaue ich mir gerade eben mal an. Also erstmal das hier von der alten Dame. Ein Fateman, Sir. Sie sagt dir, ihr Zukunft mit eine 42% Chance, es richtig zu bekommen. 42%? Das ist ja schlechter als bei einer Ja-Nein-Frage. Da ist ja immer noch 50-50. Eine tägliche Ratio von Fleisch in einem Karton. Besser als Sushi. Aha. Just eine fehlende Mug. Okay, eine alte Tasse. Und das ist hier die Raketenlimo. Ein Spender. Verzahlen Rocket-Soda. Mhm. Entschuldigung. Ich habe keine Kredite. Okay, also da komme ich jetzt hier momentan nicht ran, weil ich wieder mal kein Geld habe, das Übliche. Dejan und Lotta. Ist hier noch irgendwo irgendwas? Ich nehme mal so ein Rumpf-Plakat, da wird sie wieder nur sagen, wie sie ihn hasst, aber sonst nichts, nehme ich an. Okay, der war hart. Eine Bending-Machine verkauft Rocket-Soda. Da komme ich aber sicherlich nicht ran. Wir haben keine Kredite. Ja, das habe ich gemerkt. Wir haben keine Kredite. Das ist das Thema von Anfang an. Ein Octopus-Schild. Aber warum sollte man Kraken vercybern? Okay, immerhin. Ja, du mag Octopuss. Das sind ja auch intelligente Tiere. Äh, dann gehen wir mal wieder zurück ins Stadtzentrum. Und dann gehen wir jetzt mal Oh, warte mal. Da ist ja ein Müllcontainer. Den sehe ich ja jetzt erst. Der war mir zuvor nicht aufgefallen. Na toll. Das kann ich irgendwie kaum glauben. Ja, unabhängig davon. Es gibt hier gerade unglaublich viel zu entdecken. Ich bin gerade eben geradezu erschlagen von den Möglichkeiten hier. So, dann gucken wir mal hier in diese Beamtenstraße. Jass. Stormfire. Äh, Dasura oder ich kann's nicht genau lesen. Aber hier ist sonst gerade eben nicht allzu viel. Ein alter Wagen ist da. Und da ist wieder ein Cyberjunkie. Dieses Mal mit Anzug und Krawatte und Krawatte. Ein weiter Cyberspace-Junkie. Sie rechnen in einem miserablen Welt, ähnlich wie Neil Berlin. Just with more flashing lights. Jaja, den Spruch kennen wir schon. Dann gucken wir uns mal das da an. Da geht's weiter zum Einwohnermeldeabend. Das ist Chunk. Hey, man hat die menschlichen Roboter durch Roboter ersetzt. Eine vermissten Datenbank. Ich glaube, das Ding wird ziemlich groß sein. Also die Liste. Mhm. Kann ich damit irgendwas machen? Oh! Neo Berlin Registry Office Missing Persons Database Welcome to MVDAS Bla bla bla. Heutiges Datum. Da ist mal was auf Deutsch. Dezember 2062. Jedes Jahr verschwindet einfach so taussende Menschen in Neo Berlin. Seit 2033 werden in dieser Datenbank offiziell gemeldete Vermisste notiert. Wähle eine Suchmethode. Äh, Suche nach Namenssuche. Okay, Datum. Äh, da war doch irgendwas 59 vielleicht? Ein gewisser JV Allen. Okay. Ein Joshua Kaplan. Ein Lake Kubilius. Ein Luca Mazzotti. Marcel Wilde. Kann es sein, dass es hier die Kickstarter Unterstützer sind? Mark Kroken. Michael Kulner. Oder Kulner. Noel Pabajita. Sven Oesterle. Monika Wenders. Luke Searunner. Toshiro Tanaka. Ich klicke mal gerade eben durch, ob da mir irgendwann mal was auffällt. Das Problem ist, was Margret Merkel. Boris Ivanov. Dimitri Ivanov. Paula Kingsky. Wow, sind das viele. Romy Ziegler. Manuel Salgado. Stefan Effenberg. Das ist doch hoffentlich nicht der Stefan Effenberg. Ich gucke gerade eben. Ich scheine hier momentan noch... Ja, ja, schon klar, schon klar. Sam, du kennst meinen Vater Namen? Ich bin sorry, Tina. I can't remember it. It might have been erased from my memory. Damn. Are you sure he can't do anything about it? I'm afraid not. But we should look around. Maybe someone can help us. Okay, let's find a way to recover your memory. Dann reden wir mal mit dem Empfangs-Bot. She looks like a nasty secretary. Ja, die sieht echt nicht freundlich aus. Hi. Yes. Yes. Speichert ihr die Informationen der Leute? Is this where you archive people's records? No. We only store our glorious mayor, Mr. Rump's poetry here. Are Sam's the only helpful robots in this city? So, are you here to peruse the city archives or just to crowd the lobby? I need information about someone. Good. We archive birth certificates, census data, public facilities info. Can I look up someone's personal records? The archive will be open tomorrow at 11 of 7 a.m. But I need to use it right now. The archive cannot be accessed outside regular work hours unless a proper certify police permission form is produced I verstehe. Ich glaube, dafür ist der Polizeibot da. Hm. Ich habe aber keine Polizeigenehmigung. Ah, I don't have police permission. It can be obtained from any police spot if you have a good reason. Now I can't imagine a street run finagling one. I guess we'll see. Mhm. Ich muss etwas mit meinem Vater herausfinden. I just need look up my dad's info. Your father's? Hm. I'd have guessed you to be an abandoned donor child. You kids look all the same to me. Even if I run a 99.2% accurate facial recognition algorithm. Wow. I bet your mother just told you some phony story about a father. She didn't. And I did have a dad. I just need to find out more about him. Sure. Okay. Return with police permission and you can access the information you need. Ich muss zugeben, äh, dass immer mehr Sorge bereitet, wenn man die Welt immer mehr technisiert und immer mehr von Menschen abkoppelt, wird sie noch seelenloser. Oh mein Gott. Äh, okay, mal sehen, ob ich eine Genehmigung bekomme. Dann ist das wohl unsere Mission für die nächste Folge. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit, ne? Tschüss, Ade.